Danke für über 200 Abonnenten. Dankeschön. Ja! 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 Soll ich das alles wieder aufstaubsaugen, oder? Oder ich tue so, als wäre ich es nicht gewesen. Emma, hast du mit Konfetti gespielt? Vielen Dank an alle Abonnenten. Mir macht YouTube einfach Spaß. Mir hilft es auch bei meiner sozialen Phobie. Ich kann einfach nur Dankeschön sagen. Es ist schön, mit euch zu schreiben. Manche schreiben mir Kommentare unter die Videos. Das ist einfach schön. Ich freue mich immer, wenn ich die dann lese. Ich habe mich auch super über meine Geburtstagswünsche gefreut. Das war super toll. Dankeschön. Ha! Manchmal muss man nicht viele Worte sagen. Da muss man einfach Danke sagen. Danke! Hätte mich rasieren können. Was fällt dir früh ein, ey? Konfetti habe ich ja schon geworfen. Ich bin froh, glücklich. Das ist so unsere kleine Community. Ich werde weiterhin YouTube machen. Ich wünsche euch nur das Beste. Vielen Dank. Bis dahin Sebastian. Adieu. Vorher. So. Tschüssンミ ART Vielen Dank.